Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Techworld 2. Da habe ich doch tatsächlich in der letzten Folge vergessen, die Musik ganz zu machen. Ich denke mal, gerade nur als ich die Aufnahme abgebrochen habe, eine gute Folge, ist eigentlich nichts schiefgegangen soweit. Und dann denke ich noch, warte mal, irgendwas fehlt mir doch. Gerade die Aufnahme vorbei und ich denke mal, verdammt, du hast die Musik vergessen. So, was wir jetzt mal machen werden, wir werden mal ein paar Copperflex reinschmeißen. Und dann werden wir jetzt mal anfangen und zwar brauchen wir ein paar Squeezer. Wie die noch gemacht werden, sollte ja wohl noch bekannt sein, Zint, Stood Casing und Glas. Da hatte... Ja, falsche Truhe. Wollte ich so ein paar mal machen, ich wollte so fünf machen in einer Reihe. Ah ne, 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 nicht selber, nein, 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 falsch, falsch, falsch. Wieso bin ich... Ach, ich frage erst gar nicht, weil ich mit meinem Kankengehörn wieder losging. So, bald ist Weihnachten und ja... Habt ihr eigentlich alle Geschenke schon geholt, ich muss eigentlich nur noch eins abholen. Und zwar für meinen Vater muss ich noch eins abholen. Und dann sollte das eigentlich gewesen sein für mich dieses Jahr. Dann bin ich zwar pleite, aber naja, das war's wert. Ich mein, Weihnachten, Fest der Liebe und so, bla bla bla. Fest der Geschenke eher. Es ist aber wirklich so traurigerweise. Na. Ein Glas zuviel. Die Squeezer setzt sich schon mal kurz hin. Ja, was macht sie? Wie feiert ihr eigentlich weich? Wird mich irgendwie mal interessieren. Auch hier noch ein Durchbruch. Also bei uns würde es wahrscheinlich so wie jedes Jahr ablaufen. Wir setzen uns gemütlich schön zusammen. Essen und trinken gemeinsam. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich glaube, ich setze das noch zwei runter. Dann könnte ich die natürlich alles schön in einer Reihe. Komm, dann nehme ich jetzt mal hier die Bedrock, dann geht das ein bisschen schneller. Ich schätze mal, ich werde dann mal schauen, dass ich am Montag, ich weiß nicht, wo... Ja, diese Folge soll noch rechtzeitig kommen. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht am 1. oder am 2. Weihnachtstag mal einen kleinen Livestream mache. Halt, ähm, ich weiß, bin mir aber noch nicht sicher, vielleicht mache ich es auch nach Weihnachten. Muss ich mal schauen, wie es zeitlich bei mir ist. Ich will auf jeden Fall erst mal den Kanal wieder weiter bislaufen kriegen. Ich war jetzt so lange weg quasi. Und die Tatsache, dass ich dann doch noch nach Zeneriffa fahre. Und dann auch nochmal für eine längere Zeit weg bin. Naja, halt, will ich wirklich schon noch ein bisschen... Hier wird es schon. Den Kanal am Laufen halten, am Leben erhalten. Okay. Dann mache ich das jetzt hier soweit klar. Muss halt erledigt werden, kann ich nichts machen. Muss auf jeden Fall auch noch schön ausgeleuchtet werden. Und jau. So, dann sollte hier, das ist soweit. Warte sein, heute habe ich ja was vergessen abzubauen. Oder? Ja. Ja. Wie kann mir sowas passieren? Ist mir noch nie passiert. Und so weiter nennt sich Profi in Minecraft. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich zu leise rede oder zu laut. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin teilweise wieder ein bisschen aus der Form, kann man nicht sagen. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Ja. So, hier war ich dann auf jeden Fall auf dem Aufgang hin. Warte, es tut aber auch echt mal wieder gut die Musik zu hören. Ich habe die so lange nicht mehr gehört. So, wenn das jetzt hier fertig ist, dann mache ich jetzt mal die grundlegende Anlage und dann wird das verschönert. Ich glaube, dann könnte ich sogar eine zweite Faust hier noch aufbauen später mal. Jo, klappt. Gut, dann wird erneut ausgeleuchtet. Ja, so ist mir das ganz Stubile. Ich weiß. So, ich wollte dann hier die Ankunftsstelle machen. Wie hatte ich das mal geplant? Ich wollte, wie gesagt, hier ja. Oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich muss mal schauen. Ich wollte das relativ sortiert haben dieses Mal. Mach mal hier die Squeezer hin. Mal. Weiß was, da stecke ich mich mal kurz hoch mit denen oder mach das so. Sehr schön. Ich wollte hier hinten eine Energie durchschlaufen lassen. Mein Inventar kann auch mal wieder ein bisschen entrumpelt werden. Ah, haben schon wieder ein neues Obsidian, joho, freu ich mich. Ach, wir haben jetzt aber nichts an Queenstown. So. Oh, wir haben noch. Die ist nicht mehr gewachsen. Das ist gut, mehr oder weniger. Oh, das mache ich mal aus. Ja, das Deck kann man da vielleicht reintun, ich tue es aber nicht. Ich meine, ich bin nicht so ein Steak-Fanatiker. Kuppa hatte ich da noch, glaube ich, drin. Jawohl, ja. Boah, okay. Jetzt fängt es wieder an. Ich brauche Item-Ducts, und zwar nicht zu wenig. Brauche ich noch Lid, aber hier. So. Lid da und da. Sehr schön. Oh, Smetterling. Kann mir eigentlich irgendeiner mal erklären, was man mit den Schmetterlingen machen kann. Ich habe null Ahnung von denen. Ich wollte, wenn möglich, da mal was mit machen, aber naja. Da sollte hier eine Diatrobe hin. Das sollte dann per rausgepumpt werden. Kann man eigentlich schon Round-Robin einstellen? Kann man natürlich nicht. Gut, die Fluid-Ducte. Dann wollte ich hier einen Tank dran machen. Den Tank könnten wir jetzt mal gerade craften. Oder die Tanks. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen vorrätig mal sorgen. Glaspins hatten wir irgendwo noch rumfliegen. Wo waren sie? Hier, sehr schön. Nehmen wir uns mal ein Stack. Obsidian. Wir bauen heute mal richtig schön Rüsten wahnsinnig auf. Ich will wirklich einfach mal haben. So, den Tank. Dann wollte ich den hier so aufbauen. Damit hier auch schön was reinpasst. Und dann wollte ich hier den... Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ja, ich glaube jetzt habe ich es wieder. Na, jetzt habe ich das gerade ein bisschen falsche aufgebaut. Aber, das lässt sich auch leicht beheben. So, ich muss auch irgendwie noch dann die Siblings dazu schließen können. Was ist denn jetzt drauf? Anscheinend nicht, oder? Ich habe es gerade mit dem Fack. Ne, ist nicht drauf. Gut. Schade. Kann man nichts machen. Was ich jetzt aber schon mal machen könnte. Ich könnte mal eine Energieleitung legen. Okay. Redstone haben wir nicht mehr so viel. Ist doof. Müssen wir mal schauen, dass wir da ein bisschen mehr Redstone bekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass das mal wieder ein Problem wird. Gut, da kann man dann halt nichts machen. Muss ich halt doch mal wieder ein bisschen mehr auf Carver und Server rumstehen. Klingt ein bisschen blöd, aber es ist so. So, dann können wir die mal schon mal aufladen. Bedingen wir hier die Leitung. Da müssen wir gleich eine finden. Ja, da haben wir sie auch schon. Sehr schön. Lege ich die dann hier auch schon mal drauf. Und dann lege ich... Ah, das wird jetzt alles ein bisschen verzwackter. Muss ich hier die Item-Blocks draufklatschen. Das gefällt mir zwar nicht, aber kann man nichts machen. Das wird auf jeden Fall so schön wie möglich aufgebaut. So, jetzt bin ich aber noch mal überlegen. Wie sieht das hier aus? Wow, wir haben voll Fruitschus. Boah, diese Anlage sieht ja auch richtig geil aus. Okay. So, ich bin teilweise echt noch ein bisschen konzentriert am Arbeiten. Merkt man ja vielleicht mal das erste Mal in meinem Leben. Ich weiß, blablabla, blablabla, blablabla. Er hat schon noch nicht so konzentriert. Okay. Ein paar Tanks. Okay, Redstone müssen wir echt mal fahren. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, da machen wir irgendwann mal ein Nice-Team, wo ich eine Farm-Tour mache. Ach, wo ich da muss ich schon neu machen. Gut, hier kommt ein Tank für Biomasse rein. Wird dann hier rausgepumpt. Hier hinter kommt noch eine Energieleitung. Was mache ich da eigentlich? Die wollte ich doch direkt an die noch ein zweiter Back haben. Die wollte ich hier so haben. Oh, ich liebe die Bedrock-Pigax. Dann kann hier der Clean-Stone wieder hin. Kommt hier die Stills hin. Wird rausgepumpt. Dann machen wir direkt hier den nächsten Tank hin. So, das wollte ich dann hier raufleiten. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, ich bin echt noch teilweise ein bisschen unschlüssig. Müssen wir mal schauen. Aber ich schätze mal, dass wir das in der nächsten Folge dann fertig kriegen. Sollte so eigentlich klappen soweit. Die ist nicht mehr gewachsen. Macht auch schon ein Auer. Okay. Ja. Weil ich mir nochmal ganz kurz anschauen wollte. Ich wollte mir mal kurz das Mausoleum, was ich gebaut habe. Ich habe mir jetzt anschauen, das Sex-Detecture-Pack. Ja, kommen wir doch losen. Ruhe und Frieden, alter Knabe. Gut. Würde ich sagen. War es das für diese Folge? Ich muss auch noch echt mal ein bisschen mit dem anderen Holz arbeiten. Gut. Das war quasi, würde ich sagen, der Abschlussland für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir das da unten mal fertig. Und dann würde ich sagen, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Das ist die... 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 Okay. Laut meiner Rechnung müsste es... Oder wartet mal... Die kommt ja aber dann noch heute. Ja... Gut. Dann können wir in der übernächsten Folge das Special hoffentlich machen. Aber dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt diese Folge heute schon gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn es wieder heißt, let's play Minecraft Tech World 2. Bis dahin. Tschüss.